ja moin leute zu dem zweiten teil von der fortnite kills compilation ich hoffe der gefällt euch so gut wie der andere ich habe wieder viele clips reingehauen und jetzt viel spaß mit den kills spexel das müsste auch jemand erfährt er hat louis er wird schon einmal denn es gleich mit mir spielt ich habe ich schlürf einiges wichtiges hing all die die ganze die data die boogiebombe krasse alter hätte ich nie hätte ich jetzt nie hätte sie gedacht nein doch ich kann mich schon bewegen lächerlich das geht voll ab hier ja guten Morgen ja guten Morgen ja 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 ach du heilige mutter jesus maria mutter jesus gottes krasser fight krasser ne wirklich krasser fight ich wünsche ich mir auch mal so gut wie der jetzt auf einmal ne jetzt auf einmal lächerlich auf einmal kommen sieben gegner war die die idiot wir machen jetzt parakel gehört hallo einem xerox hat gefressen aber den wirklich gefressen aufgesogen ja ich fresse gerade auch einiges das sind nicht die schicken wings ouch that hurts me very much i'm down was willst du leckerer suchus oder schilddrank schwierige frage du ihn ab ich der eine sein mate ist da ich kiel den ist dann drauf ne wo ist er war alles so geplant leute weißt du damals 1984 haben jetzt so wenn ich rede zu dir kommt ein gegner schnitzel habe ich gesehen ich kenne die speichern die speichern links oben auf dem berg also der hit zu tun leute so leute ich hoffe das video hat euch gefallen und dies wahrscheinlich ist jetzt bis zum nächsten mal nicht raus alles tschüss bis zum nächsten mal